. . . . . Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Jeden Mal, wenn ich nach Berlin komme, das ist der erste Platz, ich besuche für deinen Keks. Wie heißt er? Itay. Das ist meine Frau. Und was passiert, wenn sie es rausfindet? Es passiert nie. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Ich darf ja eigentlich nicht darüber sprechen. Es gab einen Unfall in Jerusalem. Ohren ist gestorben. Ich habe mich gefragt, ob du hier einen Arbeiter brauchst. Die Keks, die du gemacht hast, sind sehr gut. Du magst sie? Ich möchte sie in der Kaffee verkaufen. Ow! Sie sind gut. Sie sind gut. Sie sind gut. Sie sind gut. Ihr Arzt, er stirbt. I know your son. She doesn't want you here. We don't want you here. They can go. Was hast du gemacht? Ich hab's eckiges. Hier. Und was hast du damit gemacht? Gebe.